Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Kemner hier, hallo. Ja, hallo, hier ist Daniel Fischer. Hallöchen. Bin ich da im E-Zigaretten-Shop? Mmh. Fantastisch. Ich habe Sie gerade über meine Alexa angerufen. Bin total froh, dass das funktioniert. Ah, ja, 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 klar. Okay, okay. Aber warum ich Sie eigentlich anrufe? Haben Sie vielleicht ein paar ausgefallene Geschmackssorten für meine E-Zigarette? Pfefferminze oder Wassermelone mit so einem leichten Energy-Geschmack und Erdnusskaramell-Eiscreme-Sandwich. Hätte ich auch noch hier. Mist, ausgerechnet jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Können Sie nur mal gerade dranbleiben? Mach ich mal. Ja? Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Hallo, Alexa. Soll ich dir ein bisschen Musik spielen? Äh, von mir aus? Bitte nenne mir den genauen Titel. Ähm, Frank Sinatra, Strangers in the Night. Was ist denn das für ein alter Schinken? Bei mir wächst doch noch kein Moos. Hast du nicht was Moderneres? Okay, ähm, Alexa, ähm, spiel doch von, äh, K-I-Z heiraten. Nein, ich mag keine Lieder mit deutschen Texten. Ähm, Alexa spielt von Tyler the Creator, Jonkers. Vergiss es, diese Nummer geht mir komplett auf den Sack. Äh, okay, ähm, Alexa, spiel Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Das geht ja mal gar nicht. Alexa mag diese inhaltsleeren Texte nicht. Das ist doch nicht inhaltsleer, du Kunstbanause. Bitte nenne mir einen alternativen Titel. Okay, spiel von Paul Kalkbrenner. Ähm, das starb's für Neon. Das hörst aber auch nur du, oder? Alexa, hast du irgendwie schlechte Laune oder so? Nein, diese Art von Musik ist unter Alexas Niveau. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, hallo. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ja, kein Problem. Aber Alexa hat dir doch bestimmt zur Überbrückung deiner Lieblingslieder gespielt, oder? Ja, ich hab's versucht. Wieso versucht? Die erfüllt doch jedem seinen Wunsch. Ja, mich mag sie vielleicht nicht. Ich weiß nicht genau. Moment, ich frag's mal. Alexa, warum hast du dem Mann am Telefon kein Lied gespielt? Ich habe selten so einen unentschlossenen Banausen erlebt. Der hätte ja vielleicht mal einen Titel nennen können. Also, ich hab einen Zeugen hier, das ich mindestens fünf Titel genannt habe. Und die wollte sie alle nicht spielen? Naja, Alexa sagte dann, das will ja keiner hören, oder wer hört das denn noch? Ich glaube, ich muss an der Stelle mal was aufklären. Das war alles nur Spaß. Hier ist ja gerade die FFH. Ah. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich im Radio verarscht wurde, wenn ich das mal kurz sagen darf. Achtung, Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.